und willkommen beim wpu battle und zwar die webley spektra gegen die ux patrol die webley spektra kostet 110 euro die patrol 99 euro und paar zerquetschte es werden verschiedene diablos mit diesen waffen verschossen long distance short distance lohnt es sich solche low cost waffen zu kaufen der abzug der webley super der abzug der patrol ist super beide haben ein plastik schafft lochschaft pistolen griff etwas kantiges design ich vergleiche sie mal und werde berichten ist dann